Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu It's the most wonderful time of the year. Ich habe heute das neue, Achtung, das neue Essence-Sortiment hier für euch. Ich habe alles selber gekauft. Der Versand über den Essence-Online-Shop war super, super schnell. Ich habe nicht damit gerechnet. Eigentlich dachte ich, das kommt erst in ein paar Wochen. Aber die Sachen sind aktuell sogar schon auf essence.eu verfügbar. Und da dachte ich mir, Mensch, da schlägst du mal zu und zeigst deiner lieben Community die Produkte. Freunde, ich freue mich, dass ihr heute hier seid und ich hoffe, es geht euch gut. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem kleinen Video ein bisschen aufheitern kann. Falls ihr es noch nicht gewusst habt. Actually habe ich mich so dermaßen auf die Nase gelegt vor ein paar Tagen. Also ich habe überlegt, ob ich ein Video drehe, mein Hämatom, bestimmt mein Make-up. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Ich möchte nicht, dass ihr so etwas seht. Und wir probieren das Ganze aus. Ich kriege den Arm schon ein bisschen höher. Es wird lustig heute, mich zu schminken. Aber wir kriegen das hin. Und zwar habe ich, wie gesagt, das komplette Essence-Sortiment hier. Nicht ganz das komplette. Manche Sachen habe ich einfach ausgelassen, weil eine neue Blush-Farbe brauche ich nicht. Wir schminken aber heute einen schönen Look. Beziehungsweise sogar zwei Looks mit den neuen Produkten, die ihr ab sofort online kaufen könnt. Und ich glaube ab 1.3. sogar in der Filiale. Ich bin gespannt. Vielleicht habt ihr ja schon das ein oder andere Produkt gesehen. Falls nicht, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Auch in diesem Video verlose ich wieder ein dickes, fettes Make-up-Paket. Es macht euch super viel Spaß, dass ich nicht nur auf Instagram, sondern auch auf YouTube hier was verlose. Ihr müsst einfach nur dieses Emoji mitzählen, was selbstverständlich noch nicht mitzählt. Und schreibt mir dann gerne die Anzahl dieser Emojis in die Kommentare. Und wie ich euch kontaktieren kann. Und in einer Woche schreibe ich die Person dann an. Und falls ihr hier neu seid, Freunde, you know it. Würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das kostet euch nichts. Es ist ganz kostenlos. Und mir bedeutet es wirklich die Welt. Aktuell ist YouTube sehr, sehr schwierig für mich. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich da ein bisschen unterstützt. Ich sehe noch ein bisschen müde aus. Es ist 6.44 Uhr. Ich bin aber früh ins Bett gegangen gestern, weil irgendwann tat der Arm dann einfach weh. Und ich hatte keine Lust mehr. Und wir fangen als erstes mit dem ersten Produkt an. Und das ist aus der Hello Good Stuff Reihe. Der Milky Face Moisturizer. Beruhigend, feuchtigkeitsspendend mit Kurkuma. Der hat 96% natürliche Inhaltsstoffe. Ohne Silikone, ohne Mikroparastik, ohne Mineralöle, ohne Parabene und keine PEGs. Das ist etwas, was ich ganz spannend finde. Denn ich habe das Gefühl, da steht auf fast allen Produkten von Essence mittlerweile drauf. Sie haben viele Sachen neu rausgebracht. Sie haben viele Sachen einfach überarbeitet. Und haben auf diese Zusatzstoffe verzichtet. Und wenn das funktioniert, ist das fantastisch. Weil das heißt dann eigentlich, dass alle anderen Marken das auch nicht mehr bräuchten. Essence geht da immer, finde ich, ganz gut voran. Auch was vegan und cruelty-free mit angeht. Deswegen bin ich sehr gespannt, die Sachen auszuprobieren. Die Produkte sind alle recht günstig. Und wir probieren das Ganze mal aus. Das Ganze kommt in so einem Pumpkopf. Auch das finde ich ganz spannend. Das ist ein Glasfläschchen. Also auch hier weniger Plastik. Und ein Pumpspender. Es ist sehr flüssig. Riecht nach nichts. Und wir geben uns es einfach mal in mein Gesicht. Mein Gesicht ist so trocken. Ihr glaubt das nicht. Doch, so ein bisschen riecht es. Aber ganz, ganz leicht. Mein Gesicht ist im Moment so trocken. Das ist unglaublich. Ich habe gestern, habe ich von Drunk Elephant so ein Babyfacial gemacht. Das peelt einmal komplett alles. Und dann ist die Haut natürlich auch sehr, sehr ausgetrocknet. Und ihr braucht super viel Pflege und Öle und alles Mögliche. Also der Eimer Olivenöl sollte wieder am Start sein. Habe ich jetzt nicht. Deswegen glaube ich, dass das vielleicht eine gute Sache sein kann. Ich mag diese Skincare-Produkte eigentlich immer ganz gerne von Essence. Die haben da ja auch wirklich viele neue Sachen rausgebracht. Es gab auch eine komplette Limited Edition davon. Zieht schnell ein. Fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an. Und das fühlt sich nicht mehr trocken im Gesicht an. Das ist etwas, was ich gar nicht leiden kann, wenn mein Gesicht sich super trocken anfühlt. Und das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Hat jetzt nicht so den krassen Glow hinterlassen. Dafür gibt es aber Primer. Und auch hier gibt es zwei neue, soweit ich weiß. Einmal den Prime Plus Studio. Das ist eine Primer-Reihe, die gab es schon von Essence. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile vier oder fünf verschiedene. Und das ist der Putty Primer. Ohne Silikone. Und das ist ziemlich gut. Also diese Putty Primer oder diese Pore Blurring Primer. Die bestehen ja eigentlich nur aus Silikon. Hier ist aber kein Silikon mehr drin. Und hier sind Squalane drin, die die Haut so ein bisschen weicher machen sollen. Also Squalane ist ein Skincare-Ingredient. Der soll super lightweight sein. Infused mit Squalane. Eine perfekt, porenlose, weiche Complexion. Ohne Silikone. Eine samtige Textur, die sich einfach ausblenden lässt. Den schminken wir auf die eine Hälfte des Gesichts. Und auf die andere Seite kommt ein anderer Primer. Und das ist aus der neuen Skin Lovin' Sensitive Reihe. Der Primer mit Feuchtigkeit und Nourishing. Also nährend. Wow, diese Übersetzungen sind immer on point. Nicht comedogen und mit Aloe Vera. Auch hier ist wieder alles draußen, was da eigentlich nicht reingehört. Mineralöl, Parabene. Das, was ich euch vorhin auch schon vorgelesen habe. Das wird jetzt hier in den nächsten Produkten ein bisschen öfter vorkommen. Wir tragen uns auf jeden Fall als erstes den Prime Plus Studio Primer auf. Die mag ich wirklich gerne. Ich habe ja neulich auch schon den gelben wieder benutzt. Der ist so ganz leicht rosa. Erinnert ihr euch? Ich weiß nicht, ob ihr mir schon so lange folgt. Ich habe vor, oh Gott, anderthalb Jahren, da war dieser Tatcha Silk Canvas Primer total gehypt. Der von der Textur her ähnlich war. Der riecht genau so und fühlt sich genau so an. Ist ja verrückt. Elf hatte ja dann auch einen ähnlichen rausgebracht. Ich finde ganz ehrlich, ihn in einer Quetschtube aber viel, viel besser als in diesem Döschen, wo man da mit so einem Spatel reingehen muss. Das ist immer super unhygienisch, fand ich. Und mit so einer Quetschtube ist das gar nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber die Seite ist komplett mattiert. Also das ist kein Glow Primer. Der ist auf jeden Fall matt. Das ist, du merkst schon, hier ist jetzt was im Gesicht. Und die Poren sind so ein bisschen weich gezeichnet. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied sehen könnt. Vielleicht schon ganz leicht. Ich bin gespannt, wie die Foundation da drauf funktioniert. Ich mag diese Poreless Putty Primer eigentlich immer ganz gerne. Vor allem in der Quetschtube ist das eine super Sache. Wie gesagt, das ist hygienischer. Und das macht ein schönes Finish. Falls ihr eher zu trockener Haut neigen solltet, kann ich euch diese Dinger empfehlen, wenn ihr sie einfach wirklich nur im Porenbereich auftragt. Ansonsten glaube ich, wird das zu trocken und das wird so ein paar Plakes, also so Hautflocken, die ihr auf der Haut vielleicht habt, ein bisschen unterstützen. Auf der anderen Seite kommt der Skin Love & Sensitive Primer drauf. Der hat Oluvera drauf und davon erhoffe ich mir jetzt tatsächlich einen Unterschied. Der ist so ein bisschen weißlicher. So ein bisschen wie ein Riech jetzt nichts. Auch ähnlich von der Konsistenz her und so vom Verblendeverhalten wie die Charlotte Tilbury Magic Cream Light. Das ist so krass, ne? Ihr merkt sofort einen Unterschied. Ich finde, hier fühlt sich das schon wieder extrem trocken an durch den Primer. Hier jetzt richtig schön gepflegt. Also man merkt sofort einen Unterschied im Gesicht. Ich weiß nicht, ob ihr einen sehen könnt. Ich glaube nicht. Den mag ich sehr gerne. Also vom ersten Eindruck, der gefällt mir sehr, sehr gut. Schöne Feuchtigkeit. Zieht schnell ein. Fühlt sich ganz weich an. Freunde, Freunde, Freunde. Wir müssen reden. Erinnert ihr euch noch an die Stay All Day 16 Stunden Foundation von Essence? Genau. Die gibt es jetzt auch. Neu formuliert, neu verpackt mit einer Glasflasche. Sieht so aus. Vorher war die ja in Plastik verpackt. Finde ich so persönlich auch viel, viel besser. Und hier sind jetzt auch keine Öle mehr drin, kein Mikroplastik und keine Silikrone. Also neu formuliert. Können wir ganz kurz darüber reden. Und ich weiß, alle sind genervt, aber ich muss es sagen. Ich muss es sagen. Und ich will es auch weiter sagen. Das hier ist die dunkelste Farbe. Das ist die 30. Soft Sand. Es tut mir leid. Es geht nicht. Wenn man schon dabei ist, etwas Neues zu formulieren, dann pack doch bitte noch wenigstens vier Farben mit dazu, die ein bisschen dunkler sind. Vor allen Dingen. Und das ist das, was mich am meisten so ein bisschen geärgert hat. Und wenn du eine Pretty Natural Foundation rausgebracht hast mit einer, mit der krassesten Shade Range überhaupt für eine Drogerie Foundation für den Preis. Müsst ihr euch überlegen, eine Foundation zu entwickeln ist unglaublich teuer. Deswegen machen das auch kleine Brands eigentlich nicht, sondern eher wirklich, wenn sie gut laufen. Und Essence funktioniert ja gut und sie haben es ja auch mit der Pretty Natural Foundation geschafft. Aber wenn ihr doch schon dabei seid, Freunde, bitte. Das kann nicht sein. Ich meine, selbst das wird mir zu hell sein, denke ich. Also, please, vielleicht kommt auch noch was. Online gibt es sechs Farben. In der Drogerie wahrscheinlich werden es drei sein. Vielleicht kommt da noch was. Vielleicht aufgrund von Corona hat sich das alles ein bisschen verzögert. Das kann ich mir aber persönlich nicht so vorstellen. Also, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber das ist nicht nur bei Essence so. Das ist gefühlt bei jeder anderen Marke mittlerweile so, dass ich sage, ey, Freunde, das geht nicht. Es geht nicht. Dann lasst es. Wir machen weiter mit der Foundation. Ich finde es gut, dass sie jetzt in der Plastikverpackung nicht mehr da ist, sondern jetzt Glas hat. Der Pumpspender ist natürlich noch Plastik, aber ich habe auch noch keinen Pumpspender aus Glas gesehen. Von der Konsistenz eher ähnlich wie die davor. Und ich nehme hier meinen Foundation-Pinsel und wir fangen mal an. Ich mochte die Foundation sehr gerne. Okay, Color Match passt bei mir. Heißt aber auch, ihr kennt meine Hautfarbe. Also, ne? Color Match sehr gut. Deckkraft ist sehr, sehr gut. Ich überlege gerade, wie ich die vorher fand. Ich meine, sie war wirklich gut. Ich muss mich mal kurz so ein bisschen abstützen hier. Hat keine Duftstoffe mehr drin, ne? Also, die riecht wie eine Foundation ohne Duftstoffe. Das muss ich euch sagen. Was mich persönlich nicht stört. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, da wird mir schlecht von. Aber ihr habt auf jeden Fall eine sehr, sehr angenehme Deckkraft. Das Finish auf der Haut mag ich auch sehr gerne. Also, das ist eine sehr, sehr gute Foundation. Das muss man sagen. Essence macht gute Base-Produkte für den Preis. Ihr dürft nicht vergessen. Ich meine, die, welche Foundation war denn so ein Flop? Die Gucci Foundation. Die war ja nicht ein richtiger Flop, aber die kostet halt etwa 60 Euro fast. Diese Foundation kostet einen Bruchteil. Einen Bruchteil. Das merkst du gar nicht im Vergleich zu der Gucci Foundation. Finish, sehr, sehr schön. Ist halt ein natürliches Finish, ne? Also, so von der Haptik her. Ich war jetzt aber auch eher auf der, auf der matten Seite mit dem Poreless Putty Primer. Deswegen machen wir mal weiter mit der anderen Seite. Die trocknet so ein bisschen rosa Farben runter. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Habt ihr euch schon mal nur mit der falschen Hand geschminkt? Mir die letzten drei Tage. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Die Foundation oxidiert ein kleines Stück. Also, ich würde sagen, so anderthalb Nuancen wird sie ein bisschen dunkler. Und die 30 wird auch so ein bisschen rosafarbener. Ich habe sie, wie gesagt, auch noch in zwei anderen Farben gekauft, weil ich auf dem Foto dachte, sie ist wirklich ein bisschen dunkler. Das ist jetzt aber exakt meine Farbe. Finish gefällt mir gut. Ich persönlich würde sie jetzt tatsächlich nicht abpudern, wenn ich jetzt nicht rausgehen würde. Ich mag diesen leichten, zarten Glow. Mir persönlich gefällt sie auf der Feuchtigkeitspenden Primer nicht so gut wie hier. Also, hier sieht sie sehr, sehr ebenmäßig aus. Es liegt aber an dem Primer. Also, das muss man immer so ein bisschen von Haut zu Haut angucken. Ich habe eine recht texturfreie Haut schon von Hause aus, beziehungsweise von vielen Produkten aus, die ich ja benutze, dass die Hautoberfläche sehr weich ist. Hier ist es aber so ein bisschen unruhiger im Vergleich. Wenn ich die Seite jetzt nicht hätte, würde ich dazu nichts sagen. Es geht weiter, Freunde. Aus der Skin Loving Reihe, da gibt es Concealer in drei Farben. Aber Concealer hatte, glaube ich, Essence auch noch nicht so wirklich dunkle rausgebracht. Aber trotzdem, es ist ja keine Entschuldigung. Das ist der Skin Loving Sensitive Concealer. Auch hier nicht comedogen mit Aloe Vera, ohne den ganzen Quatsch. Und das ist die Farbe 020. Vielleicht gab es den noch in der 30. Nee, nee, den gab es nicht in der 030 online. Den gab es in Fair, Medium und Light. So, und ich habe die dunkelste Farbe hier. Und der soll wohl eine sehr, sehr gute Deckkraft haben. Ich mache mal hier erstmal die halbe Seite. Der ist natürlich schon sehr hell jetzt, ne? Aber sieht trotzdem sehr deckend aus. Also ich glaube, ihr könnt sehen, die Reflexion auf dem Concealer. Und den lassen wir einmal ganz kurz antrocknen. Und dann machen wir weiter. Ich habe ihn jetzt einmal so halbwegs ausgeblendet. Also die Deckkraft finde ich persönlich gar nicht schlecht. Ich würde jetzt gleich noch mit einer zweiten Schicht rübergehen und den nochmal wesentlich länger antrocknen. Der ist halt sehr feucht, ne? Also das ist nicht so Tarte Shape Tape sehr dick. Der ist recht flüssig. Das Füßchen ist sehr, sehr gut. Ich zeige euch das nochmal. Das ist so ein flaches Füßchen. Ich mag diese flachen Füßchen sehr, sehr gerne. Ich bin ehrlich gesagt im Moment nicht mehr so ein Fan vom Tarte Shape Tape Füßchen. Mir ist das zu unpräzise. Ich möchte hier beispielsweise eine sehr, sehr scharfe Linie erzeugen können. Und das kann ich mit so einem Füßchen wesentlich besser. So, ich habe euch ein Stückchen näher rangeholt, damit ihr euch das Ergebnis einmal anschauen könnt. Also der Glow ist auf jeden Fall da. Auch der Concealer ist sehr, sehr glowy, ne? Das ist kein super matt runter trockender Concealer. Mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Vor allem für Fotos ist die Haut dann einfach so ein bisschen voll mit Bewegung. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Deckkraft könnte persönlich für mich noch ein Stückchen höher sein. Aber ist nicht schlecht. Wir machen weiter mit einem Produkt, was neu ist und was ich sehr spannend finde. Wenn der Schneeflug hier vor meiner Tür weg ist. Und zwar gibt es jetzt den Glow 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 Instant Highlighter mit einem Dewey Finish in Sekunden. Das ist ein Highlighter Concealer Stick, glaube ich, der in so einem Lipgloss Füßchen kommt. Und wir tragen uns den jetzt einfach mal hier auf. Den gab es auch in zwei verschiedenen Farben, glaube ich. Ich swatch den euch einmal ganz kurz hier auf der Hand. Und den könnte man bestimmt gut irgendwo mit reinmischen. In die Foundation oder in den Concealer. Oh wow. Okay. Das ist ein schönes Schätzchen. Sehr, sehr soft. Ihr seht jetzt natürlich keinen großen Unterschied im Vergleich zu dem Concealer, der ja auch schon sehr glowy ist. Aber wenn man sich den in eine Foundation mit reinmischt. Schaut mal. Ich gebe mir den jetzt hier erstmal überall hin. Wir übertreiben es heute mal. Ich will, dass ihr auch wirklich was seht. Und den blende ich einfach nochmal hier so mit meinem Schwamm aus. Und der gibt gleich nochmal. Sehr subtil, sehr weich. Mag ich gerne. Kann ich mir vorstellen. Muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter austesten. Hier seht ihr es. Also der ist nicht so krass schimmernd. Sondern eher so ein bisschen dewy. Ja. Ein sehr natürliches Ergebnis. Doch. Wir setten das Ganze, Freunde. Und auch hier gibt es aus der Skin Loving Reihe ein neues Blatt. Puder. Das ist ein Mineralpuder, was blurring und mattierend sein soll. Auch nicht komedogen und mit Aloe Vera. Und das benutzen wir. Kommt einfach in so einen ganz klassischen Compact. Ich gehe jetzt hier einfach mit einem Blush Brush rein. Lade den Pinsel gut auf. Riecht ein bisschen nach Kreide. Und wir setten damit erstmal mein halbes Gesicht. Nimmt auf jeden Fall ein bisschen Glow wieder weg. Also mattiert schon. Übrigens die Farbe Translucent. Also auch das gab es nur in dieser Farbe. Aber das ist halt eher so ein bisschen durchsichtig. Und ich glaube, ihr seht sofort einen Unterschied. Also das hat doch schon sehr gut mattiert. Machen wir hier das andere Auge. Also ich gebe unter dem Auge persönlich immer mit dem losen Puder gerne rüber. So ein klitzekleines bisschen Deckkraft würde ich sagen. Hat es sogar. Aber finde ich jetzt nicht schlecht. Also das muss man ein bisschen weiter austesten. Auch mit verschiedenen Foundations. Ich meine, ich habe jetzt auch sehr, sehr viele verschiedene Base-Produkte benutzt. Ich habe verschiedene Primer, Skincare, neue Concealer. Alles neu. Deswegen kann ich dazu nicht so viel jetzt sagen. Aber wenn es mir weiterhin gefällt, dann werdet ihr das in den nächsten Videos natürlich auch sehen. Hat gut mattiert, hat das getan, was es soll. Finde ich jetzt persönlich nicht schlecht. Es gab auch neue Blushfarben. Die habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gekauft, weil ich habe so viele Blushes. Und nur weil da eine neue Farbe dabei war, habe ich mir gedacht, okay, das sparen wir uns. Ich mache einfach mal schnell ein bisschen Blush und Bronzer drauf. Ich benutze es hier von Liefel Cosmetics. Und wir machen weiter mit den Lippen als ersten Schritt. Denn es gibt ein neues Lippenprodukt. Und das ist das What The Fake Plumping Lip Filler. Mit Vitamin E und Hyaluronsäure, der die Lippen so ein bisschen aufplustern soll. Mh, riecht nach Menthol. Hat so einen perligen Schimmer tatsächlich drin. Okay, ich merke sofort, wie es bitzelt. Aber nicht so unangenehm. Und ich mag den Effekt auf den Lippen sehr gerne. Also dieses glossige, glowige. Sehr, sehr glossy. Also das ist sehr, sehr glossy. Und durch diesen Perleneffekt macht das das Ganze natürlich noch ein bisschen fester. Ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Wir machen aber jetzt weiter mit den Augen. Und es gibt zwei neue Lidschattenpaletten, Freunde und Freundinnen. Und zwar sind das die Out in the Wild Lidschattenpaletten. Ich habe hier jetzt einmal die Farbe Don't Stop Blooming. Die ist jetzt eher so ein bisschen rötlicher und sieht eigentlich ganz schön aus. So sieht das Ganze einmal von innen aus. Wir haben verschiedene matte Farben. Wir haben verschiedene Shimmer Shades. Es sind viele Shimmer Shades mit drin. Also das sieht man schon. Ein paar Matte sind aber hier mit dabei. Welche ich persönlich aber auch super, super spannend finde, ist die grüne Version. Die hat auch so ein bisschen ein anderes Pressing. Auch grüne schöne matte Farben dabei. Und auch sehr spannende Shimmerfarben. Wie diese hier zum Beispiel. Wir fangen als erstes mit grün an. Und ihr seid eh schon schön da dran. Und wir machen weiter. Ich fange als erstes mit dieser Kaki Farbe an. Pinsel sieht auf jeden Fall gut voll aus. Spiegel ist mit drin. Und die setze ich mich hier in meine Lidfalte. Ich finde das mal spannend. So eine mutige Palette. Also das ist ja schon für eine Drogeriemarke mutig. Die meisten Drogerie-Paletten sind ja eher so Warmton. Und dann ist vielleicht mal ein Blau mit drin. Aber sowas hier im Standardsortiment, das ist auch für Essence, finde ich persönlich, neu. Farbe geht gut drauf. Ist jetzt für eine Transition Shade ganz gut und ausreichend pigmentiert. Ich gehe gleich in die etwas dunklere Farbe hier rein. Und setze mir die schon mal hier hin. Die geht noch so ein bisschen mehr ins grünliche. Die andere war ja eher so ein bisschen grauer. Und da seht ihr dann schon ganz leicht das Grün. Es ist ein bisschen schwierig zu verblenden, merke ich gerade. Also Farben sind ganz gut. Ich gehe jetzt mit dem Pinsel hier in dieses wunderschöne Grün. Das hat ordentlich Kickback. Und das setze ich mir hier direkt auf mein bewegliches Lid. Und hat ordentlich Kickback unterm Auge. Also da würde ich euch empfehlen, macht euer Auge auf jeden Fall vorher. Ich finde, dass diese Beigefarben so ein bisschen schmuddelig aussehen auf dem Auge. Deswegen gehe ich jetzt nochmal mit dem sauberen Pinsel hier in das Helle rein. Und blende ich hier einfach nur nochmal hier oben rüber. Und probiere das so ein bisschen weicher zu kriegen. Ich finde, wenn man bei diesem Schmuddel... Also das ist ja schon von der Farbe aus eher so ein bisschen schmuddelig. So ein Schlammton. Da muss man ordentlich aufpassen. Und das sieht auch ein bisschen unordentlich aus. Und der grüne Ton hält nicht so optimal. Ich nehme jetzt nochmal einen anderen Pinsel. Und ja, der hält nicht so gut. Auf dem Augenlid, ne? Seht ihr das? Das wird so ein bisschen unordentlich. Kann jetzt aber auch am Concealer liegen, ne? Wir gehen jetzt mal hier in diesen Schimmerton rein. Und toppen damit... Oh, okay. Toppen damit einfach unser bewegliches Lid. Das ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Aber, Freunde... Ich habe hier noch auch neu diese Eye Pencils. Damit gehe ich jetzt an meinen unteren Wimpernkranz und auf meine Wasserlinie. Und so einen grünen Eyeliner finde ich eigentlich ganz spannend. Schaut mal, das macht das Ganze wirklich nochmal so ein bisschen grüner. Und das ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Aber das gefällt mir gut, dieser grüne Eye Pencil. Ja, Kajal Pencil Rainforest 29. Also die Schimmertöne sind schon schön. Ich persönlich bin kein Fan von diesen Schlammtönen. Also es sieht immer ein bisschen unordentlich aus. Gar nicht so schlimm. Wir haben auf jeden Fall schöne Schimmertöne mit drin. Und mit diesem grünen Kajal, das gibt dem Ganzen nochmal einen anderen Effekt. Gehe jetzt nochmal mit einem kleinen Pinsel in dieses Grün hier. Und setze mir das nochmal hier oben rauf für noch ein bisschen mehr Bewegung. Auch sehr, sehr schön. Toll. Alleine deswegen kann man sich das ruhig mal gönnen. Weil ich kenne keine grüne Lidschattenpalette im Standardsortiment in der Drogerie. Gebe mir die helle Farbe hier unten noch an mein Inner Corner. Auch die ist sehr silbern. Und direkt hier unter meine Augenbraue. Und das wertet das Ganze auf jeden Fall auf. Also diese Schimmertöne top. Die mattentöne. Naja. Weiter mit der anderen Seite. Und da haben wir hier die rote Palette. Auch die ist sehr, sehr schön gemacht. Wir haben schöne matte Shades drin, optisch zumindest. Und wir haben auch schöne Shimmer Shades mit drin. Das ist eher so eine klassischere Palette. Ich vermute auch einfach, dass das besser laufen wird. Das ist ja oft so, dass diese Standardpaletten an den Farben immer einfach ein bisschen besser laufen. Und deswegen sieht man diese Farben und diese Paletten auch einfach immer öfter in der Drogerie. Weil sie halt am besten laufen. Ich probiere jetzt mal was. Und zwar sette ich mein Augenlid jetzt mal komplett mit Puder. Vielleicht lag es ja daran. Wir können ja, wir haben ja Gott sei Dank zwei Augen. Da ist es ja mal was ganz Gutes. Ich nehme hier den Pinsel hier. Der ist jetzt von BH. Und gehe in diesen Ton hier rein. Das ist so ein schöner, ja, Move. Und den setze ich mir hier hin. Oh ja, okay. Das, also, ah, mhm, 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 mhm. Schaut mal, wie viel, viel weicher der Lidschatten gleich auf dem Auge gleitet. Also, ich nehme alles zurück. Sehr pigmentiert für so einen Move, ne? Wir gehen weiter dunkler in diesen roten Ton hier. Und den setze ich mir hier außen hin. Und damit gehe ich dann direkt einfach auf mein Lid. Das ist schon die dunkelste rote Farbe, ne? Also, es gibt noch so ein Schwarz hier oder so ein Grau-Schwarz, Anthrazit. Aber das ist die dunkelste rote Farbe. Okay, auch die ist jetzt nicht so ultra intens, ne? Die blendet sich so ein bisschen weicher aus. Gehe jetzt nochmal mit dem Finger hier in den Schimmerton rein. Und setze mir den hier einfach oben rüber. Auch der ist recht soft. Ich mische nochmal hier so ein bisschen was von rein. Die sind alle so sehr soft schimmernd, ne? Ah, da bin ich jetzt nicht so ein Fan von. Ich gehe nochmal hier rein. Zeige euch nochmal die Farbe. Also, es sieht auf dem Finger schon ganz krass aus. Aber auf dem Auge ist es dann recht weich, ne? Also, es ist jetzt nicht so ein Metallic wie beispielsweise diese grünen Töne. Die roten sind wirklich etwas Natural Beauty Queen. Auch hier gehe ich nochmal in den hellen Ton hier unten. Für ein Inner Corner Highlight und für ein Brow-Born Highlight. Und eigentlich hatte ich, warum auch immer, hier noch so einen blauen Eyepencil gekauft. Der passt jetzt dazu definitiv nicht. Ich swatch ihn euch einmal kurz. Das ist halt so ein richtig schönes Königsblau. Das würde meiner Mutter, der ist für sie, finde ich gar nicht schlecht. Ich finde es gut, dass mal so ein paar spannende Farben dabei sind. Damit kann man schön Cut-Creases ziehen. Komm, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Vielleicht sieht es kacke aus. Schlimmer geht es immer. Der ist natürlich nicht gemacht für das jetzt, ne? Aber gibt dem Ganzen einfach nochmal so einen, ja, einen spannenderen Effekt. Schöne Farbe. Sehr, sehr schöne Farbe, muss ich sagen. Und dann tragen wir uns mal Lashes auf. Denn Essence hat auch Lashes rausgebracht. Und auch da gibt es einige. Und das sind die Lash Like a Boss, False Lash, mit Kleber sogar, im Style OMG. Sehen sehr intens aus. Ich glaube, die sind ein bisschen viel für diesen Look, aber egal. Alright, ich habe die Lashes einmal raufgeklebt. Sie sind sehr, sehr, es ist sehr, sehr viel Lash, ne? Also, das ist schon ziemlich OMG. Ich finde, zu dem Look geht es, zu dem ist es definitiv zu viel. Ich muss sagen, die Base-Produkte haben mir sehr, sehr gut gefallen. Also, da war wirklich einiges dabei. Ich bin ehrlich mit euch, die Gliedschattenpaletten, da gibt es wesentlich bessere von Essence. Diese komplette City-Kollektion mit den Tokyo, Hello Tokyo, Konnichiwa, Kawaii, die Reihe, super, super, super gut. Die fand ich jetzt eher so ein bisschen langweilig mit diesem blauen Liner. Macht es das Ganze noch so ein bisschen spannender. Ansonsten, die Base-Produkte, solide. Ich finde schön, dass die Foundation neu formuliert wurde. Allerdings, neue Farben, Freunde, Boys und Girls, bitte. Wir brauchen Farben. Ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Vielleicht habt ihr ja das ein oder andere auch schon bestellt oder entdeckt. Ich denke mal, ab 1.3. sollten die Sachen bei euch sein. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Und wünsche euch einen zauberhaften Abend oder einen zauberhaften Tag. Und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.